In der Nacht, als das Märchen vom Himmel fiel, wurde Ludwig mein Freund. Damals brauchte ich dringend einen Freund. Ein Freund war alles zu jener Zeit. Wir fuhren Zweier ohne. Der Zweier ohne ist ein besonderes Ruderboot. Es gibt keinen Steuermann. Deshalb Zweier ohne. Jeder hat einen Riemen. Ich zieh Backbord, ich zieh Steuerbord. Und wir waren Freunde. Wir dachten gleich. In unserer ersten Saison in Zweier ohne gewandt wir jedes Rennen in der Leichtgewichtsklasse. In unserer zweiten Saison bekamen wir neue Gegner. Zwillingsbrüder aus Potsdam. Zwillinge. Willst du, dass wir Zwillinge werden? Ja, das will ich. Fast jede wache Minute verbrachen wir miteinander. Brotzeit! Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich Ludwig von dieser Begegnung erzählen sollte. Es ist immer schwierig zwischen Bruder und Schwester. Und vielleicht... Ich war mir sicher, dass Ludwig am Ende alles richtig verstanden hätte. Aber... So here we are... Ich war noch nie mit zwei Dingen. Leider ist es eines Tages zu einer hässlichen Szene gekommen. Vera saß auf unserer Triumph. Ein Motorrad ist wie ein Zweier oben. Zwei neben, ein Schicksal, wir halten uns gegenseitig. Wir sind Zwillige! Ich wusste nicht, wo ich hin wollte. Er schien kein Ziel zu haben. Entschied bei jeder Abschweigung neu, welchen Weg wir nehmen würden. Ich wollte ihm von Vera erzählen. Aber man kann in einem Moment nicht alles sagen.